Hallo Skater, bei euch euch geleckt, wenn ihr rausgesprungen sind. So eine Sekunde später. Hey, mein Spielschuss ab. Ich bin raus, Jungs. Was war los? Warum sind uns schon wieder weniger? Also gerade von 7-Wilch, das ist jetzt 88. Ja, ein Team ist vielleicht gegangen oder so. Ein Team haben wir schon gelockt. Wir haben noch ein Team, ich schaff's nicht bis zum Mittelhaus. Ich geh ins Mittelhaus, komm ich. Ich geh ins Mittelhaus. Wir haben noch ein Team. Ich komm mit ins Mittelhaus, gehst du oben drauf? Ja, ich geh oben drauf. Dann geh ich unten rein, okay? Ich bin tot. Ja, maps in the Brickers, ich geh Kenny, ich hab noch eine Giste. Alles gut bei euch? Gelandet, alles okay? Ja. Habt ihr was gesehen? Habt Mini-Shills? Ja, ein Team ist auf jeden Fall noch da, ja. Ich dropp dir gleich. Ein Team nach Doghouse. Also ein, sorry, ein Spieler. Hat nen Hit drin. Na, kein Chest in der Wand. Doghouse, erste Etage. Gibt ihr ein Mini-Shield? Komm hoch, ja. Oder so. Ich hab Double-Pistole. So, wo sind die gelandet? Habt ihr ein bisschen gesehen oder nicht? Ja, Doghouse ist einer. Den können wir einfach backrushen. Okay. Ja dann, alle zu Doghouse rüber. Ansagen machen. Ja dann, go, go, go. Der ist dann gleich ne Falle, wenn wir rein sind. Der ist ne Falle denn? Vielleicht ist da hinten raus. Das ist oben drauf. Hier neben mir ist auch noch einer im Südhaus, ne? Egal, egal. Komm mit, komm mit. Ich bin nicht allein. Er ist hinten. Wer hat die ne Wache gezogen? Ja, er ist unten drin. Habt ihr ne Shotgun? Ne, ne, ne. Pistole. Post dich da oben drauf, dass die nicht getaggt wird von der Seite. Nehmen wir im Südhaus. Zwischen Süden ist einer im Haus. Okay. Können wir uns noch die Truhe kurz? Wo steht ihr denn? Was? Wo steht ihr denn oder nicht? Ne, ne. Also wir sind bei dem hier. Pass auf, dass der Südhaus nicht kommt. Ja, der steht unten. Berger oben drauf. Auf dem Berger oben. Ah, und ich kann hier reinladen, wenn er hier drin steht. Der läuft zu uns. Platz. Ich seh Leute. Tankstelle. Und von hinten wurde getaggt. Nege, du bist gefickt. Von hinten, hinter dir, hinter dir. Ja, seh ich. Bei Leute, einer in der Box noch. Tanker kommt. Tankstelle, Tankstelle. Tanker kommt. Gehst du den runter? Mach den oben mit. Chill, chill, chill. Kein Schild mehr, ist Low? Ja. Tanker ist Low. Ich finde ich den hier. Wie ist das? Ich habe einen genockt. Vor mir. Vor mir ist genockt. Ja, kein Problem. Ich habe eine Shotgun. Der hat eine Shotgun, ja. Komm mal auf, ich habe auch eine Shotgun. Ja, ich brauche jetzt eine Hilfe gleich. Ja, da baut sich über dich. Ich zerschieße, ich zerschieße. Ja. Was ist jetzt? Er hat gleich gar nichts mehr. Lass drunter. Außen, runter. Da kommt noch einer. Komm. Auf deinem Rand. Nice, sauber Leute. Haben wir. Gut gemacht. Gut gebaitet. Ich will bauen und er schießt immer wieder. Und noch einmal danach. Wo ist da einer, der gekrochen hat? Ich habe so einen Shell-Streyer-Bürstmann. Einer hat gekrochen. Oh, der hat einen Chuck-Chuck. Easy. Wer hat keine Schilder bei uns? Ich konnte Gott nicht. Ich war... Ja, wir müssen finishen. Nicht, dass der erneutzt. Dann kriegen wir den König. Auch wenn wir sterben. Ja, hier ist ein Handy-Grabble. Oh, ja. Ich nehme den blauen, ja. Und die andere Sniper nimmt er als Krabble. Ich liebe die, Mann. Aber man, ich war die ganze Zeit gemutet, Mann. Geil, Leute. Ja, alles gut. Ja, Mann. Ihr habt alles gerafft. Ihr habt es gut gemacht. Ihr habt gut abgeschossen von oben. Waren die ganze Zeit auf mich fokussiert. Ja, ich bin auf den Toch gekommen bis heute. Falls da irgendwas wäre, ich wäre da gewesen. Irgendwelche Waffen noch? Hast du die Waffen? Habe ich schon. Krabble muss die mir nehmen, die andere. Die grüne. Passt auf wegen Fallen. Wenn Burger... Da ist noch einer draußen. Ah, so. Ah, okay. Alle haben sich schon hochgetrunken. Ich nehme dann kurz Chuck-Chuck hoch. Soll ich... 84 Schild, lohnt es sich oder nicht? Was denkt ihr? Ja. Die Zone ist aber auch nicht gut für uns, ne? Wir müssen dann aufpassen. Ja, wir müssen gleich gehen. Ich habe noch einen Chuck-Chuck für jemanden. Und einen Nagerfeuer habe ich auch noch drin. Ja. Habt ihr Shotguns oder so, Leute? Ich brauche eine Shotgun. Wenigstens eine oder so. Ich hatte schon wieder so Läscherläscher. Oder wir können Schifte-Shops gegen Looten. Also... Auch als Option. Ich brauche die Pumpe. Ich brauche die Pumpe. Ja, Quatsch. Nicht nippen. Sondern eine Auto. Ja, ich nippe die Auto-Shotgun. Ja. Kannst du mir droppen? Wo bist du? Da hast du. Okay. Danke lange. Dann würde ich sagen, laufen wir langsam los. Ja. Jetzt auch nochmal eine Auto. Und ready. Schifte die Shops einfach. Und dann werden wir sehen. Ja. Hier ist noch eine Piste. Hier unten wurde nichts... Oh! Minish ist hier. Kann irgendwer dir die nehmen? Stacken? Ja. Im Haus hier. Dockhaus. Unten. Ist hier ein Zuschauer? Nö. Nö. Glück nicht. Also Minish ist noch hier. Ich weiß nicht. Ich bin aber Minish. Wie sieht man mit Nessourcen aus bei euch? Ähm. Momentan. Ich hab 100 nur. Wo gibt's noch Tim? Äh. In dem Haus von mir. In dem Haus. W100? Hau mal noch ein paar Möbel oder was? Kann irgendwer Bandagen stacken? Oder hat die überhaupt irgendeine Bandagen? Kann Medikits. Ne Medikits. Ich hab das hingelegt. Medikits oder was? Äh. Ne. Bandagen hab ich hingelegt. Achso. Ja gut. Im Haus unten. Aber. Maps kann. Als das überhaupt nötig ist. Ich brauch noch ne bessere M4. Irgendwas abgrün. Ich hab ne graue Börst. Ja. Ich hab ne große Schild. Große Schild hier. Trink es. Ja okay. Geht hier unten durch. Hier ist ne grüne Pump. Unten eine Damile drinnen. Hol ich. Oh ne blaue M4 nehm ich. Noch ne dicke Schild hier oben. Okay das dicke Schild war es nicht. Schau mal rein. Schau mal einfach an. Einfach kurz die Chests. Hier gibt's drei, vier. Einer unten. Und ich geh oben hier. Und ich geh oben hier. Die Chests nehme ich ab. Okay ich hab noch ne Schild gefunden. Ich kann die wahrscheinlich stacken. Ja lass du's tot. Nein. Ja Titan ist auch tot. Ah die werden grad rangen genommen wahrscheinlich. Ja man ich hab ne weniger Schatten. Ich brauch ne bessere South Rifle. Ich hab ne Impulse Bombe. Kann irgendwer Schilde stacken. Wie nice ja. Großen Schild. Großen Schild hab ich da hingelegt. Ich brauch noch normale greener South Rifle oder so. Naja. Fasschenkel. Äh großes Schild liegt immer noch hier Leute. Da ohne kommt. Kann irgendwer das nehmen. Ja go 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 go. Okay. Go einfach go. Scheiß drauf. So und die grüne Börse. Dankeschön. Ich hab jetzt einen Platz noch frei dann. Eigentlich nicht mehr. Fasschenkel. 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 Der kann grad weiter rennen. Also wir sind am Arsch. Oh fuck ey. Direkt? Oh. Jaja. Wenn wir jetzt noch mal in Breitgerät geraten. Da sind wir halt gebumst. Ja das rechts rumlaufen dann. Wir movem dann so südlich erstmal. Wissle haben wir zumindest ein bisschen Cover. Ich hab nur Impulse Bombe. Lass mich mit Nades öffnen. Dann könnt ihr snipen schonmal. Ja. Warte ich die Werfer. Aber wartet kurz. Wir müssen ein bisschen näher kommen. Ja das ist echt voll oder? Das ist richtig. Ja den einen könnt ihr snipen. Der links in der Box. Ich nade jetzt los. Ich seh die überhaupt nicht noch nicht. Ich auch nicht. Einer aufm Field. Unten unten unten. Headshot. Full dead. Ok wollen wir das auf die Tau hoch oder was wollen wir? Versuch grad zu zerschießen. Lass mich nicht. Lass mich nicht. Sauber. Da ist ein Elf drin. Ja der Elf erklappt. Push. Wird links besnipet. Tim links irgendwo. Muss ein Sniper sein bei dir. Ja unter mir. Hier ist eine unten. Lass den pushen. Komm. Der baut hoch. Der baut hoch. Ja ich seh den. Kaffee. Neun ist weg. Hinter mir einer. Egal ich werde nie bis weg geformt von irgendwas. Einer ist über uns. Einer ist über uns. Ja in der Box. Hey Schoomen in der Box. Einer ist wieder hinten. Liegt noch einen Nocten Facebook. Baut zu. Baut zu. Baut zu. Ja wir haben noch einen Medikit wir haben alles. Ja, 1D eigentlich, sieht gut aus. Ich hab's hier gelegt. Okay. Ich trink den Chuck einfach aus. Ja, wir müssen los, wir müssen los, Leute. Ja, ich geh mir die Bandage. Denkt an die Mets, wir müssen das mitnehmen. Habt ihr Launchpatter oder so? Ne. Grenade Launcher nehm ich erstmal mit. Ja, ich nehm den. Gibt's da irgendwelche South-Royfe-Bullets oder so? Die werde ich auch brauchen. Ich glaub, wir wollen das, ich weiß ja was geben. Freilich. Dona. Ja, wir haben noch ein Lagerfeuer oder ein Notfall. Übel weit weg, Alter. Ja, ist schon arg weit weg, also echt. Eine Miese auf jeden Fall. Keine Launchpatter oder? Weiß nicht, ob ich so erlebe. Also keine Bandagen oder? Doch, 5. Ne, dann, ich renne einfach vor. Ähm. Ihr müsst mich gleich retten. Ja. Irgendjemand. Ja, mach ich. Ich spring auch gleich beim letzten Tick. Hier ist mit Raketen alles dann. Obwohl, lass mich reinkrabbeln, lass mich reinkrabbeln. Krabbel, krabbel, krabbel. Alles gut. Hey, was ist denn hier noch? Mach nur 2. Ne, man. Braucht irgendwer Schild oder so? Ne. Eigentlich nicht. Ne, warte, Krabbel braucht. Krabbel hier. Nimm, ich bring das. Hab ich schon gedrofft, keine Artwerfer. Die heavy shotgun, kann ich die nehmen oder was? Wo? Hier ist ne heavy shotgun. Wer braucht die? Okay, ähm, gerade hast du Granatwerfer? Ich hab nen Granatwerfer genommen. Ja. Nimm den. Äh, bitte, South rifle bullets. Ich hab nur 16. Ich brauch für South rifle bullets. Hier, warte. Wer kann? Danke. Stimmt. Ich hab nur 90. Also, noch so 100 würden gut gehen. Oder 50 wenigstens. Lass mich bitte heilen, Jungs. Macht lang. Die Bandagen, Leute. Ich hab Bandagen gesehen. Wo liegen die Bandagen? Hier, ich hab die mitgenommen. Ich hab die mitgenommen. Dann lass uns so ohne. Ich hab 30 ab hier und die chillen uns vor uns im Tower jetzt. Ja. Machen wir jetzt. Können wir die Bomben? Ja, natürlich. Wir müssen pushen. Komm, die anderen pushen. Go, 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 go. Einer Headshot. Noch? Ja, ja, pushen, 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 pushen. Hat keiner. Von wo werden die gepusht? Ich pushe, ich pushe. Unten einer bei dir. Nix. Von wo, Digga? Ja, innen. Alles gut, ich leb noch. Bin unten. Kann mich hier am letzten kommen. Ja, ich bin zerschlagen. Hätte den. Der ist wieder, der ist low. Wie bei dir, Krabbel. Okay, ich komme zu euch. Ein anderes Team. Noch eine. Die Bomben hier. Osten Snipe. Die Bomben hier, der hat sich eingebaut, der baut sich wieder ein. Der ist low light. D4, C4. Die Bomben hier. Komm zu mir. In der, von mir, unter mir. Okay, komm vor dir. Und dann einmal eins. Und noch vor dir. Der eine baut. Den da drinnen. Ja, bitte. Kann mich jemand retten? Wer kann retten? Ja, ich muss retten. Wo ist es da oben? Der ist draußen, der ist draußen. Der geht zu drinnen. Der geht zu drinnen. Hab ihn geholfen. Sauber. Ich brauche mich ein und retten. Wiederbeleben. Ja, ja. Wiederbeleben. Post nicht, Leute. Alles gut. Resten. Ein Fehler. Ich habe eine Treppe zu viel gewollt. Ich hatte Angst, weil er mich zerschießen wollte. Ja, ich gemacht. Ich habe vier kills. Bandagen habe ich gedroppt. Raketen. Ich wollte Raketen dann. Ich nehme die Low-Assault-Rifle. Ist der random tot? Ja, ja. Der random, der da vor uns gebaut hat. Jungs, straight up Norden sind die nächsten Tower. Kannst du die Stalker machen? Ja, nimm, Digi, nimm. 17 Leute gucken mir zu. Oh mein Gott. Und ich chill. Chill, 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 Leute. Nur Info. Ähm. Ja. Haben wir alles hier aussitiert? Sechs Stück. Ich habe Bandagen. Ich habe noch ein Mini. Ich habe alles genommen. Okay. Ich brauche Bullets wieder für Assault-Rifle. Ich habe nichts. Ich brauche Raketen. Ich brauche Raketen. Ich brauche auch was aufgebaut. Scheiße, man. Bei Snipes oder sind Shit? Ja, ja. Ja. Wir haben ein paar Snipes. Hier ist eine Trap. Vorsicht, wir können da gehen. Glatt hast du Raketen aufgenommen? Ja, ich kann Raketen droppen. Ich habe sechs. Vorsicht, Leute. Passt auf, hinkfallen. Hier war schon eine Ibis geplaced. Ich habe mal mies geplaced. Ich gucke, ob die gucken. Ja, gegen Powerchild einer oben drin. Der aimt ab. Pass auf, nicht peaken. Außer ihr habt eine Sniper oder so. Die Sohne kommt noch. Wir sind nicht in der Sohne. Wir sind noch nicht. Okay, wir müssen da unten bauen. Nimm das Zip hier mit. Komm nach unten hier. Hier ist einer von mir. Ich kann erstmal Übelstreiß-Tender raus holen. Wo ist der, Mann? Was ist mit dem los? Kill. Holt den Kill, Mann. Der Bombe. Der Bombe. Der Bombe. Der Bombe. Der Bombe. Digga, Alter. Wir müssen Position machen. Ja. Nice. Weiter Bomben. Komm, wir gehen die anderen. Gehen vorwärts. Die fighten. Die fighten. Die fighten? Ja, wir müssen uns ja schießen, die Scheiße. Sonst kriegen die uns. Marvin, kommen wir mit, kommen wir mit, okay? Ja, okay. Folgt mir, folgt mir, folgt mir, folgt mir, folgt mir. Ab rein. Einfach, wir folgen. Einfach, wir folgen. Schön gemacht, Jungs. Dann win, win. Tanzen, tanzen. Alle tanzen, ja.